Ahoi! Die Anwältin aus Berlin. Erstmal im Vogtland? Ja. Wir brauchen hier aber keine Anwältin. Vielleicht bleibe ich ja hier. Wieso? Ich hab das. Okay. Ich will, dass du meine Eltern verklagst. Ich bin 4.70 Uhr. Mai ist jetzt meine Anwältin. Und so brauchen wir eine Anwältin? Meine Anwältin. Ich geh nicht mehr zurück nach Berlin. Um frei zu sein. Und wozu brauchst du dein Gewähr? Warum kommt Papa? Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Was ist? Ich will, dass du Caleb in Ruhe lässt. Ich hab Angst vor dir. Was ist mit meinem Freund? Was ist das für eine Scheiße hier überhaupt? Verehr das. Sag ihm bitte nicht, wo wir sind. Ich bin Luzi. Und du? Caleb. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt magst. Es sollte mehr Männer wie dich auf der Welt geben. Ist das eigentlich ein Problem für euch, dass ihr beide mit mir schlafen wollt? A little bit of something. Yeah! Wuhu! 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 Wuhu!